Willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast, Herrn Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert. Herr Lammert, ein Satz, der da lautet, wir schaffen das, genügt der den Ansprüchen, die Sie an die Differenziertheit einer politischen Aussage stellen, denn man sagt Ihnen nach, dass Sie auf differenzierende und differenzierte Aussagen besonders Wert legen. Ja, aber manchmal kommt es mindestens so sehr auf eine klare Botschaft wie auf eine möglichst differenzierende Erläuterung von komplizierten Zusammenhängen an. Und das Thema, was damit angesprochen ist, braucht sich ja beides. Eine differenzierende Betrachtung komplizierter Zusammenhänge und klare, verständliche Botschaften. Die differenzierende und differenzierte Betrachtung sollte ja nicht zuletzt im Parlament stattfinden. Dieses Flüchtlingsthema ist ja ein Thema, das sich geradezu aufdrängt für den Bundestag. Ist es außerhalb der Fraktionen schon in hinreichendem Maße debattiert worden? Herr Voss, wir haben in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause traditionell die sogenannte Haushaltswoche. Da wird eine ganze Woche der Entwurf des Bundeshaushalts für das nächste Jahr diskutiert. In diesem Jahr haben wir Anfang September, also drei Tage nach dem denkwürdigen Wochenende mit der Öffnung der Grenzen für die Flüchtlinge aus Ungarn, haben wir eine Woche lang eine Flüchtlingsdebatte im Deutschen Bundestag geführt. Im Plenum, öffentlich, teilweise sogar von öffentlich-rechtlichen Medien übertragen. Teilweise heißt es zu wenig. Ja, sicher zu wenig. Ist es immer zu wenig, oder? Sie hätten mich ja gar nicht fragen müssen, wenn Sie nicht selbst den Eindruck gehabt hätten, es würde im Deutschen Bundestag nicht hinreichend öffentlich diskutiert. Ja, ich denke natürlich daran, dass seitdem die Entwicklung weitergegangen ist, die Unruhe in der Bevölkerung ist sehr gestiegen, auch die Unruhe in der Union ist gestiegen, nicht nur in Bayern, auch in der SPD. Man spürt das an vielen Reaktionen. Was kann die Politik und was kann das Parlament tun, um den Bürgern, die man ja nun nicht alle vielleicht bei Pegida oder sonst wo einordnen kann, um den besorgten Bürgern die Sorgen zu nehmen oder ihnen zumindest deutlicher zu sagen, wohin die Reise geht? Wir müssen Zusammenhänge erklären, wir müssen Lösungen finden und wir müssen gefundene Lösungen durchsetzen. Und das nicht gewissermaßen in Quartalsabständen, sondern mehr oder weniger gleichzeitig. Das ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Und so sehr ich gut nachvollziehen kann, dass man es am liebsten sehr einfach und kompakt hätte, so sehr muss ich darauf bestehen, dass es die einfache Lösung nicht gibt, schon gar nicht eine einfache Lösung, die auch gegenüber den betroffenen Menschen vertretbar und mit unserer Verfassung vereinbar ist. Viele Leute haben allmählich das Gefühl, es gibt vielleicht gar keine Lösung. Nicht nur ein Bündel von Maßnahmen und keine einfache, sondern wenn man sich vor Augen führt, dass ja wie das Asylrecht nun mal ausgestaltet ist bei uns und dass normalerweise eben ein Mensch, wenn er Deutschland erreicht und sagt Asyl, erst mal den Anspruch hat auf eine Prüfung, die ihre Zeit dauert, und sich vor Augen führt, auch aus Umfragen weltweit, wie viele Menschen Deutschland zum Land zum Ziel ihrer Sehnsucht erklären inzwischen, dann ist doch das Gefühl verständlich, das Ganze könnte uns über den Kopf wachsen. Natürlich ist dieses Gefühl verständlich. Es ist ja auch nicht schlicht eingebildet, sondern dahinter steht eine begründete Besorgnis, ob wir das, was wir schaffen wollen, auch tatsächlich schaffen können. Und deswegen ist es umso notwendiger, auch zu unterscheiden zwischen dem, was wir tatsächlich leisten müssen und leisten können auf der einen Seite und dem, was uns im Augenblick herausfordert, ohne dass es wirklich ein Anspruch ist, den wir selber oder andere gegen uns zurecht erheben können. Mit anderen Worten, wir haben uns in unserer Verfassung mit Blick auf unsere eigene Geschichte verpflichtet, dass jeder, der seine Heimat verlassen muss, weil er an Leib und Leben bedroht ist, in Deutschland Zuflucht finden kann. Wir können diese Selbstverpflichtung nur einlösen, wenn wir gleichzeitig genauso unmissverständlich, wie wir uns zu dieser Verfassungsverpflichtung bekennen, genauso deutlich machen, dass nicht jeder, der lieber in Deutschland als in seinem Herkunftsland seine eigene Zukunft für sich und seine Familie suchen will, hierher kommen und hier bleiben können. Deswegen, die Trennung zwischen dem einen und dem anderen ist ein ganz wichtiger Teil, nicht nur in der Beschreibung, sondern vor allen Dingen auch in der Lösung des Problems. Und dabei haben wir dann wiederum einen nationalen Teil der Lösung, was die Verteilung auch von Flüchtlingen in einer fairen und nachvollziehbaren Weise auf die Länder und Kommunen betrifft. Aber wir haben insbesondere auch ein noch ungelöstes Problem innerhalb Europas zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Und an diesem Thema ist die Kanzlerin, der Außenminister, viele Beteiligten mit großem Elan unterwegs. Und auch gerade aus den Gesprächen der letzten Tagen mit Kolleginnen und Kollegen aus Parlamenten anderer EU-Staaten, habe ich doch den Eindruck gewonnen, dass die Einsicht wächst, dass wir dies gemeinsam als Gemeinschaftsaufgabe begreifen und auch nur gemeinsam lösen können. Und da stellt das Gelenke, dann ändert das nichts daran, dass trotzdem, glaube ich, Deutschland ein hohem Maße Aufnahmeland sein wird. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, denn wir sind auch das mit Abstand größte Land in Europa. Zumindest das wirtschaftlich stärkste und bevölkerungsreichste. Trotzdem bleibt ja die Sorge vielleicht heute noch unbegründet, wenn ich alle Schauplätze dieser Erde zusammenrechne, wo Krieg ist, wo Verfolgung ist, und tatsächlich die Menschen dort sich noch ermutigt fühlen, sich aufzumachen, dann sind wir auch damit überfordert. Sie haben ja abgehoben auf das Asylrecht, wie es im Grundgesetz steht. Das ist eingeführt worden mit Blick auf die Vergangenheit, die haben Sie eben schon angesprochen, nach 1945, bei der Formulierung des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat. Und ist es wirklich ein Tabu zu sagen, wie dieses Gesetz angewandt wird, bei wem eigentlich die Beweislast liegt, was ist mit Menschen, die Ausweise wegwerfen? Könnte das sein, dass es uns das eines Tages überfordert, bei allem guten Willen? Dass es sich auch beim Asylrecht nicht um ein tabuisiertes Recht handelt, wird ja schon daraus deutlich, dass wir vor ziemlich genau 20 Jahren eine erhebliche Konkretisierung und auch Einschränkung in der Inanspruchnahme dieses Rechts nicht nur diskutiert, sondern in unsere Verfassung geschrieben haben. Und seit dieser Zeit zu den in diesem Land geltenden Regelungen gehört, dass Anspruch auf Asyl nicht geltend machen kann, wer aus einem Land nach Deutschland einreicht, in dem es keine Bedrohung an Leib und Leben gegeben hat. Also schon daraus wird deutlich, dass Deutschland keineswegs verpflichtet ist, jeden, der mit welcher plausiblen Begründung auch immer aus seinem Herkunftsland über dritte Länder, in denen er Sicherheit hatte, nach Deutschland kommt, auch in Deutschland aufnehmen zu müssen. Und wir diskutieren ja gerade in diesen Tagen abschließend weitere Konkretisierungen in der Handhabung des Asylrechts, die zu einer weiteren Reduzierung von Leistungsansprüchen oder von Verfahrensdauern führen sollen, um genau die vermeintlichen oder tatsächlichen Anreize zu begrenzen beziehungsweise zu beseitigen, die einen Teil der Entwicklung der letzten Wochen ausmachen. Sie haben auf die Europäische Union schon Bezug genommen. Muss nicht im Grunde, wenn man sagt, dies ist eine gemeinsame Verantwortung, eine gemeinsame Aufgabe, muss dann nicht auch das Asylrecht letztlich europäisch harmonisiert werden? Also die Standards sind ja doch deutlich unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie unterschiedlich die Gesetzestexte sind, aber in der Praxis jedenfalls scheinen mir die Unterschiede erheblich zu sein. Ja, jedenfalls brauchen wir ein gemeinsames europäisches Regelsystem im Umgang mit Flüchtlingen, zumal das ist nun auch eine der Komplizierungen der Lage, unabhängig vom deutschen Asylrecht, wir die sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention haben, die auch für Deutschland, aber keineswegs nur für Deutschland, sondern für alle Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft gilt und für die, die im Übrigen für die allermeisten, der mit Bleiberecht ausgestatteten, nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge Anwendung gefunden hat. Es ist gar nicht im Kern das deutsche Asylrecht, das uns die großen Zahlen einträgt, sondern die Genfer Flüchtlingskonvention. Und allein daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer gemeinsamen Lösung, auch eines gemeinsamen Regelsystems, das für alle Beteiligten nachvollziehbar und kalkulierbar ist und dessen wesentlicher Bestandteil sein muss, dass jemand, der in Europa Zuflucht findet, nicht einen Rechtsanspruch darauf haben kann, wo er in Europa am liebsten sich aufhalten und bleiben möchte. Diesen Rechtsanspruch haben wir übrigens in Deutschland auch nicht, sondern wir verteilen auch innerhalb der Bundesrepublik unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit von Ländern, Städten und Kreisen die nach Deutschland kommenden Flüchtlinge und Zuwanderer. Und natürlich muss man ein ähnliches System in Europa etablieren, einschließlich der Folge, dass ein nach Europa kommender Flüchtling, solange wir ein legales Aufenthaltsrecht hat, seinen Leistungsanspruch, also den Anspruch auf Unterkunft und auf Lebensunterhalt, an der Stelle hat, wo er zugewiesen worden ist. Und wenn er diesen Ort verlässt, dann verliert er Leistungsansprüche. Nun gibt es ja in der Kritik auch an der Kanzlerin, vor allem, wenn man das auf den harten Kern reduziert, den Hinweis, sie habe ein falsches Signal gesetzt, auch mit der Öffnung, de facto Öffnung, unter Missachtung der Dubliner Regeln, der Grenzen für die Flüchtlinge aus Ungarn, weil das die große Ermutigung sei. Hätte man im Rückblick nicht auch sagen können, wir müssen bei der Regel bleiben, wo die Flüchtlinge landen, da wird erst mal kontrolliert. Da stellen Sie Ihren Antrag. Dafür helfen wir Ungarn. Wir schicken Zelte, wir schicken Medikamente, wir schicken Helfer, wir helfen Ihnen ohne Ende. Weil ja, wie der bayerische Ministerpräsident sich ausdrückte, es schwierig ist, den Stöpsel wieder auf die Flasche zu kriegen. Tja, es wäre ja zu schön gewesen, wenn es an diesem berühmten Wochenende diese Option nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch gegeben hätte. Es gab sie nicht, oder? Es gab sie nicht. Es fällt mir ganz vorsichtig formuliert außerordentlich schwer, mir irgendeinen heute in Deutschland amtierenden Spitzenpolitiker im Bund oder in den Ländern vorzustellen, der an diesem Wochenende in der damaligen Situation anders entschieden hätte als Angela Merkel. Gut, das ist eine klare Ansage. Es gibt ja unterschiedliche Sorgen in der Bevölkerung. Die einen sorgen sich über die faktische Belastung, die auf uns zukommt und sehen die Lasten mehr als die Chancen. Andere sorgen sich, dass dieser Staat sich vielleicht verhärtet in seinen Regeln auch sonst. wohin neigen Sie? Oder gibt es beide Sorgen zu einem gewissen Recht? Also kann es auch sein, dass wir wieder überreagieren? Das ist ja in Deutschland immer, Sie haben die Vergangenheit angesprochen, eine heikle Diskussion. Ja, insgesamt haben wir aber eine bemerkenswerte Balance gefunden, glaube ich, die uns besser als jedenfalls in der Vergangenheit, vielleicht auch besser als in manchen unserer Nachbarländer, in die Lage versetzt, die Versuchung zur Übertreibung nach der einen oder der anderen Seite zu vermeiden. Und auch die Bemühungen, die im Augenblick ja von allen Beteiligten unübersehbar sind, zwischen der Unantastbarkeit des Asylrechts auf der einen Seite. und der Berücksichtigung faktischer Grenzen unserer Möglichkeiten. Nun wiederum nicht zwei Alternativen herzustellen, sondern eine Brücke zu bauen, zu sagen, unter welchen Voraussetzungen sind wir in der Lage, den Verpflichtungen nachzukommen, die wir selbst eingegangen sind. Den finde ich zwar mühsam, das ist wahr, wie andere auch, aber zunächst mal außerordentlich imponierend. Alle Beteiligten sind an diesem Bemühen beteiligt, der eine hat dabei diese und der andere jene Tonlage und Präferenz. Das gehört aber zu einer offenen Diskussion in einer freiheitlichen Gesellschaft dazu. Aber ich sehe niemanden unter den ernstzunehmenden Beteiligten, dem ich den guten Willen an einem solchen gemeinsamen Lösungsweg abstreiten könnte. Unser Generalthema, wenn wir so wollen, deshalb habe ich auch mit den Flüchtlingen begonnen, ist ja die Frage, ob die Politik oder auch das Parlament, dessen Präsident sie sind, so rum oder so rum, zumindest in der Wahrnehmung vieler Menschen, sich weit vom Volk entfernt. Das kann viele Gründe haben, aber offenbar finden sich Menschen nicht hinreichend wieder. Das war schon bei der Euro-Rettungsdebatte so. Sie haben ja durchgesetzt, dass die Kritiker der Linie oder mit durchgesetzt zumindest dafür gesorgt, dass die auch zu Wort kommen hinreichend über die zunächst vorgesehene Möglichkeiten der Geschäftsordnung hinaus. Also viele finden sich da einfach nicht so recht wieder. Was kann man tun? Gut, also auch für den Deutschen Bundestag und den deutschen Parlamentarismus gilt, dass es da Entwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Für die Beantwortung der Frage, ob wir nah genug am Volk sind, bin ich vermutlich auch nicht der neutralste denkbare Beobachter. Aber ich stelle mal die Gegenfrage, wer ist denn näher dran? Die Medien? Die Verbände? Die Kirchen? Mir fällt jedenfalls immer wieder auf, dass es zwar eine Menge Themen gibt, die wir im Deutschen Bundestag intensiv diskutieren, die in der Öffentlichkeit gar keine Resonanz haben, aber mir fällt aus den letzten 30 Jahren kein einziges Thema ein, das in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat, im Bundestag aber nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ein Thema öffentliche Bedeutung hat, wird es ganz sicher mindestens so intensiv, übrigens in der Regel auch mindestens so kontrovers, in unserem Parlament diskutiert. Und das halte ich doch für einen nicht unbeachtlichen Nachweis der Volksnähe eines Parlaments, das ja auch Volksvertretung sein soll. Aber Sie selbst haben ja immer wieder versucht, sozusagen etwas dafür zu tun, dass die Debattenkultur sich noch verbessert, was immer das bedeutet im Einzelnen. Ja, Herr Voss, aus genau diesem Grunde, wenn ein Parlament im Unterschied zur Regierung eine Repräsentanz des Volkes sein soll, dann müssen sich die unterschiedlichen Auffassungen, auch die Bandbreite von Auffassungen in einem Parlament auch niederschlagen. Deswegen fand ich damals die Vorstellung der Fraktionen, aller Fraktionen übrigens, oder besser gesagt aller Fraktionsführungen, bei einem hochkontroversen Thema wie der Griechenlandhilfe, nur die Mehrheitsauffassungen, die im Ergebnis alle miteinander übereinstimmten, zu Wort kommen zu lassen, doppelt abwegig. Denn damit kam dann oder wäre dann damit ausgerechnet in der Volksvertretung ein beachtlicher Teil der Besorgnisse, der Zweifel, der Skepsis, der Kritik gar nicht zu Wort gekommen, die es in unserer Gesellschaft doch zweifellos gibt. Und deswegen an der Stelle bin ich tatsächlich hartnäckig, weil das zu meinem Grundverständnis der Funktion eines Parlamentes in einer lebendigen Demokratie gehört, dass außer mehrheitlichen Auffassungen auch Minderheitsauffassungen zu Wort kommen müssen, auch und gerade, wenn es sich um Minderheitsauffassungen innerhalb einer politischen Gruppierung handelt. Nun ist das ja nicht der Normalfall, dass man so, sag ich mal, griffige Debattenthemen hat wie Griechenland oder auch jetzt die Flüchtlingsfrage. Vieles ist einfach komplex. Sie sind einerseits ein Meister und Befürworter, Anwalt der Differenzierung, das sage ich hier, glaube ich, kann ich ohne Anschmeiße sagen, andererseits sind Sie aber auch für einen lebendigen Schlagabtausch. Ist das nicht ein Widerspruch, weil die meisten Themen einfach so komplex geworden sind? Und wenn ich bei Phoenix die Übertragung sehe oder im Parlamentskanal, wo ich immer mal reinschaue, dann ist es klar, da sprechen Abgeordnete zu Abgeordneten und die müssen sehr viel voraussetzen. Die müssen ja nicht ihren Kollegen ständig nochmal von Abraham und Eva angefangen, das Problem erklären. Damit geht es aber schon über die Köpfe hinweg. Es ist nicht, wenn ich halte zu Gnaden, wenn ich das so sage, per se attraktiv. Ja, aber das ist eben eine der besonderen Erwartungen, die es an Politiker im Allgemeinen, insbesondere an Inhaber wichtiger politischer Ämter gibt, dass sie auch als Übersetzer komplizierter Zusammenhänge gegenüber der Öffentlichkeit tauglich sind. Das ist übrigens nicht die gleiche Begabung wie die, die man für Problemlösungen braucht. Und deswegen ist die Kombination auch eher selten zwischen Leuten, die ein Gespür für Probleme haben, die einen Zugriff für geeignete Problemlösungen haben und gleichzeitig die Begabung, komplizierte Zusammenhänge auch in nachvollziehbarer Weise erklären zu können. Aber wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, stehen Journalisten vor einer ähnlichen Herausforderung und auch da gelingt es nicht allen gleich gut und schon gar nicht immer gleich gut. Das ist richtig und Sie drücken es milde aus, ist aber vielleicht kein Trost. Also es ist ja klar, diese Begabung ist gefordert, aber es ist ja, wenn ich mal daran denke, die Frage, weiß ich, zu Adenauers Zeit, Wederbewaffnung, Westintegration, die war schwer, war moralisch belastet, war eigentlich gegen die Volksstimmung, soweit ich sie noch als Schüler, ein Kind mitbekommen habe. Aber sie war nicht intellektuell so schwierig. Die Frage, weiß ich, folgender Gentechnik oder ich weiß nicht was, TTIP oder was immer wir haben an dem, ist sehr viel in der Sache einfach komplexer. Das heißt, sie ist für den normalen Bürger sehr viel schwieriger nachzuvollziehen. Also Sie haben völlig recht, das macht einen beinahe prinzipiellen Unterschied der heutigen politischen Debatten gegenüber denen in der Gründungszeit der Republik aus. Es ist viel übersichtlicher, über eine zweifellos herausragend wichtige Frage zu diskutieren, ob wir überhaupt eine Bundeswehr aufbauen sollten, ja oder nein, ob es Wehrpflicht geben soll, ja oder nein, ob sich die Bundesrepublik Deutschland einem westlichen Bündnis anschließen soll, ja oder nein, ob wir, um einen sehr viel späteren, ähnlich wichtigen, aber eindeutigen Sachverhalt zu nehmen, ob wir auf eine eigene Währung verzichten und dafür eine gemeinsame europäische Währung einführen sollten. Da kann man dafür sein, da kann man dagegen sein, dafür gibt es jeweils plausible Argumente, die kann man auf sich wirken lassen. Dagegen ist für all die Themen, die Sie gerade genannt haben, es viel, viel schwieriger, weil ja, nehmen wir das Beispiel Flüchtlinge, niemand ernsthaft gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist. Also geht es nicht um die Frage ja oder nein, sondern es geht um die Frage, unter welchen Bedingungen können und wollen wir welche Flüchtlinge oder welche Zuwanderer aufnehmen. Oder wie viele. Ja, einschließend. Oder TTIP. Ja. Es wird ja niemand ernsthaft sagen, er sei gegen Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika. Nein, alle beeilen sich zu sagen, sie seien selbstverständlich dafür. Sie sind auch alle dafür, dass die möglichst liberal sein sollen. Aber dann, wenn es ans Eingemachte geht, wird es halt kompliziert. Und dann hat der eine an dieser Stelle und der andere an jener Stelle Vorbehalte, Besorgnisse oder auch besondere Wünsche. Und das zu kommunizieren, wo es eben fast nie mehr ums Prinzip, sondern um Gestaltungsfragen bei unstreitigem Prinzip geht, ist schon eine ganz besondere Kategorie von Erklärungs- und Gestaltungsaufgaben, denen zugegebenermaßen weder die Politik noch die Medien immer perfekt gerecht werden. Also mein Gefühl gerade bei TTIP ist, dass sich hinter der Detailkritik oder den Besorgnissen auch, sage ich mal, zumindest von mir so gefühlt und wahrgenommen auch Prinzipienreiterei verbirgt. Ja, gut. Also man findet ja für alles Beispiele, auch dafür ganz gewiss. Trotzdem, hier kommt nach meinem Empfinden ein angestautes Grundmisstrauen zum Vorschein, dass sich aus vielerlei Gründen, die man auch wieder erklären kann, in den letzten Jahren zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, auch zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten aufgebaut hat. Und dass sich jetzt an dieser Stelle ein Ventil sucht. Also mein Eindruck ist, dass die Probleme weniger darin liegen, dass es für konkrete Probleme keine Chance auf gemeinsame Lösungen gäbe, sondern dass hinter der Suche nach gemeinsamen Lösungen dieses Grundmisstrauen steht. Und das ist auch meine dringende Empfehlung an alle, die diese Verhandlungen führen, sie so nachvollziehbar wie eben möglich zu gestalten. Alles, was in einer solchen Situation unter dem Verdacht der Geheimhaltung, der Intransparenz fällt, erhöht das Misstrauen und verringert damit die Erfolgsaussicht. Dieses wachsende Misstrauen, das es gibt, gilt auch den europäischen Institutionen. Auch da wächst das Misstrauen vielleicht nicht so wie gegen die USA als dominante Supermacht, sprich NSA und so weiter, was da alles mitschwingt und mitspielt. Aber doch im Sinne einer wachsenden Intransparenz und auch dem Gefühl des einzelnen Bürgers. Letztlich bist du ja ausgeliefert, also EU-Parlament hin oder her. Da werden natürlich dann auch letztlich zwischen den nationalen Fraktionen, nicht nur den Richtungsfraktionen, sondern den nationalen Repräsentanzen Kompromisse geschlossen. Aber am Ende wird irgendwo, ist es exekutivlastig, da wird irgendwo dann beschlossen etwas. Das wird dann entweder eine europäische Direktive. Und natürlich ist die Euro-Krise dabei von fundamentaler Bedeutung, weil doch zunehmend Bürger den Eindruck haben, wir sind im Grunde ausgeliefert. Und keiner hat ja das Gefühl, das ist jetzt irgendwann mal beendet. Ja, übrigens wieder eines der Beispiele dafür, dass es eigentlich weniger um eine prinzipielle Frage geht, sondern um den Umgang mit einer im Prinzip unstreitigen Frage. Also wir haben übrigens nach wie vor hohe Mehrheiten für die gemeinsame europäische Währung. Und alle werden sagen oder werden auf die Frage, müssen wir uns auch gemeinsam dann darum bemühen, dass diese Währung stabil bleibt und dass keines der Länder, die diese Währung auch als eigene Währung benutzen, in Turbulenzen gerät, die Folgen für die gemeinsame Währung und damit auch für andere Volkswirtschaften haben kann. Jeder wird sagen, jawohl, das muss eigentlich unser gemeinsames Interesse sein. Aber aus dieser prinzipiellen Position folgt noch gar nicht und schon gar nicht automatisch, dass man erstens überhaupt und zweitens in mehrfacher Folge in bestimmten Größenordnungen für Hilfeleistungen an dritte Länder sein muss. Und darüber ist ein Streit nicht nur zulässig, er ist unvermeidlich, aber er wird in einer Weise ausgetragen, die, wenn man daran interessiert ist, nachvollziehen kann und zu der man sich dann auch selber positionieren kann. Insofern ist mindestens die Besorgnis unbegründet, dass irgendetwas ohne unsere Mitwirkung entschieden wird. Es wird überhaupt nichts in Europa ohne unsere Mitwirkung entschieden. Weder ohne die deutsche Mitwirkung, noch ohne die Mitwirkung des Parlaments. Und es hat im Übrigen in der Geschichte unseres Landes noch nie einen Zustand gegeben, in dem das Parlament selbst auf außenpolitische Fragen einen solchen Einfluss hatte wie heute. Der öffentliche Eindruck ist eher der umgekehrte, aber die tatsächliche Lage ist so, wie ich sie Ihnen gerade schildere. Also alle großen Entscheidungen, alle großen Richtungsentscheidungen, auch der alten Bundesrepublik, sind im Parlament sehr kontrovers diskutiert worden. Es gab auch, die Opposition war bei der Westbindung dagegen, hat es am Ende nicht verhindern können, vielleicht auch nicht mehr wollen. Bei der Ostpolitik Willy Brandts war die Union dagegen, hat es am Ende, also zum Schwurkamm, passieren lassen, im Bundesrat, wie auch im Bundestag, durch Enthaltung zum Teil. Aber es ist sehr kontrovers diskutiert worden. Bei der Einwanderungsfrage wie bei der Euro-Frage hat man schon den Eindruck, es gibt Einzelstimmen, die sozusagen gegenhalten, aber an sich gerät man auch sehr schnell in die Schmuddelecke. Nun gehören manche vielleicht auch dahin, in die rechte Schmuddelecke, aber es ist ja kein Zufall, dass sich eine Partei gegründet hat, von der ich nicht weiß, ob sie da wirklich hingehört, aber die sich Alternative für Deutschland nennt. Die ist ja nicht zufällig entstanden, sondern weil hier der Eindruck entstanden ist, die Politik hält im Grunde den Kurs für alternativlos. Wir wollen aber eine Alternative. Das ist zunächst mal ein Nachweis für eine offene Demokratie, die nicht Ämter, Funktionen und Mehrheiten faktisch für eine etablierte Gruppierung oder vermeintliche Elite reserviert hat. Ob das nicht nur zur Verlebendigung, sondern auch zur Bereicherung der politischen Kultur beiträgt, das muss man dann im Einzelnen nochmal wieder gesondert betrachten. Aber Sie werden sich daran erinnern, dass vor 20 Jahren, als wir aufgrund der damaligen Entwicklung in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und den damit verbundenen sogenannten Balkankriegen, eine erste große Flüchtlingswelle in Deutschland hatten, ähnliche Erfahrungen, auch mit Blick auf politische Ränder, auch auf Gründung von neuen oder Wiederbelebung alter politischer Gruppierungen erlebt haben. Ja, und dass ein Teil dann von Wählerinnen und Wählern, denen der mehrheitlich getragene Kurs der Politik nicht gefällt oder die davon nicht überzeugt sind, dann Alternativen unterstützen, die sie für Alternativen halten. Das muss einem nicht gefallen. Mir gefällt es dann in der Regel nicht. Aber das muss man ertragen. Und man muss es auch möglich machen, wenn man nicht den Charakter einer offenen Demokratie gefährden will. Die Wahlbeteiligungen sinken. Das ist eigentlich sogar auffälliger als das Auftreten von alternativen Parteien. Nun muss man das nicht für katastrophal halten, aber es ist doch ein Indiz, dass die Bürger entweder sehr zufrieden sind, da bin ich aber nicht so sicher, oder sagen, letztlich machen die, was sie für richtig halten, auf der europäischen Ebene wird das sowieso dann ausgekummelt. Und ob wir da zur Wahl gehen oder nicht, was spielt es für eine Rolle. Also mir sind aus vielen Gründen hohe Wahlbeteiligungen lieber als niedrige Wahlbeteiligungen. Aber den Alarmismus, den es inzwischen fast reflexhaft zur Entwicklung der Wahlbeteiligungen in Deutschland gibt, teile ich nicht. Im internationalen Vergleich haben sich die Wahlbeteiligungen in Deutschland gewissermaßen normalisiert. Wir hatten über viele Jahre, vor allen Dingen eben in den ersten zweieinhalb Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Gründung der Bundesrepublik, überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligungen. Dafür gibt es, wie ich finde, auch eine jedenfalls naheliegende Erklärung. Es war auch das Bedürfnis der Leute, sich und anderen unmissverständlich zu signalisieren, dass man den zweiten Anlauf zu einer stabilen Demokratie in Deutschland nicht wieder scheitern lassen wollte. Und diese traumatische Erfahrung des Scheiterns einer deutschen Demokratie, der den Menschen damals auch in ihrer Biografie noch buchstäblich in den Kleidern erhing, diese Erfahrung hat eine Generation, die jetzt wahlberechtigt geworden ist, nicht nur nicht gemacht, sondern sie ist auch ganz weit von der eigenen Lebenserfahrung entfernt. Mit anderen Worten, junge Deutsche verhalten sich mit Blick auf politisches Engagement und auch auf Wahlverhalten sehr ähnlich wie Briten, Franzosen, Italiener, Spanier oder Portugiesen auch. Und dass deswegen die deutschen Wahlbeteiligungen sich etwa auf dem Level bewegen, auf dem auch Amerikaner beispielsweise seit 250 Jahren mit regelmäßig um die 50% Wahlbeteiligung ihre Präsidenten wählen, kann ich noch nicht besorgniserregend finden. Zumal Sie selber ja angedeutet haben, dass die Nichtbeteiligung an einer Wahl nicht zwingend Ausdruck einer tiefen Verdrossenheit sein muss. Es kann auch Ausdruck einer bräsigen Zufriedenheit oder jedenfalls Bequemlichkeit sein. Was mich im Übrigen viel mehr besorgt als die rückläufige Wahlbeteiligung, ist die rückläufige Bereitschaft, sich in politischen Parteien zu engagieren. Wir haben heute in Deutschland in allen demokratischen Parteien zusammen etwa ganze 1,5 Millionen Mitglieder. Allein der ADAC, dessen Reputation auch nicht wesentlich höher ist als der der politischen Parteien, hat 18 bis 19 Millionen Mitglieder. Da könnte man fast die Frage stellen, ob den Deutschen ihre Autos noch wichtiger sind als die Demokratie. Ja, das ist eine gute Frage, aber vielleicht kommen wir den Antworten in diesen Gesprächen her. Gut, dann wenden wir uns mal vielleicht der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat zu, also der, wenn man so will, Exekutivenseite. Die steht ja sozusagen im Generalverdacht und wird auch sowohl von Journalisten wie Politiker immer wieder dorthin gerückt, und dass sie ein Überbürokratie nicht so sehr im Personalaufwand, sondern in der Regelungsdichte, in der Detaillierung der Regelungen treibt. Dabei geht auch manchmal unter, dass sich natürlich die Nationalstaaten hinter der Kommission verstecken. Trotzdem ist der Weg, wie so etwas zustande kommt, relativ intransparent. Und mir ist auch als Journalist noch nicht richtig eingefallen, wie man das ändern kann. Denn es ist sehr schwer zu erklären, wie kommt eine Direktive zustande, die dann ja früher manchmal auch in den Parlamenten einfach durchgewunken wurde, obwohl sie vielleicht Sprengstoff enthielte für die Banken. Also hinter jeder europäischen Regelung steht entweder ein Problem oder ein Interesse, manchmal auch beides. Mein Eindruck ist, häufiger ein Interesse als ein Problem. Und zu den unangenehmen Erfahrungen in meiner eigenen Laufbahn gehört, dass aus keinem Land mehr Regelungswünsche nach Brüssel gerichtet werden, als aus Deutschland. Und nirgendwo ist die Klage lebhafter als in Deutschland über die Regelungswut, die vermeintliche Regelungswut der Brüsseler Bürokraten. Also nur ein Bruchteil dessen, was in Brüssel an Direktiven, an Richtlinien, an europäischen Gesetzesentwürfen produziert wird, wächst auf dem Mist der Brüsseler Bürokratie. Der mit Abstand größere Teil wächst auf den Böden der Mitgliedsländern. Und auch und gerade deutsche Unternehmen und ihre Wirtschaftsverbände gehören zu den fleißigsten Produzenten von Vorschlägen für vereinheitlichte europäische Regelungen. Dann war es ja nicht so schlecht, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest, wenn es denn schon mal so ist, und dann über Brüssel sozusagen die Vorschriften wieder zurückkommen, die Interessenverbände bei uns gerne hätten, dass das Verfassungsgericht ja die Rolle und die Rechte des Bundestags sehr gestärkt hat. Aber als das passierte, als das erste Einschlägeurteil kam, war die Reaktion zumindest hinter den Kulissen in Berlin so ungefähr, jetzt machen die uns den europäischen Einigungsprozess kaputt. Also man hatte nicht den Eindruck, dass alle, nicht nur Regierungsmitglieder, sondern auch Parlamentarier begeistert sind davon, dass die Rechte des Bundestags gestärkt wurden. Oder waren. Ja, gut. Also, ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen unterscheiden. Es hat sicher keine einheitlich-freundliche Reaktion gegeben, das bestätige ich. Es haben auch nicht alle sofort gesehen und begriffen, dass mit diesen Entscheidungen des deutschen Verfassungsgerichts nicht nur regelmäßig Einwände, mindestens Hinweise zu möglichen Grenzen des europäischen Integrationsprozesses verbunden waren, sondern genauso regelmäßig Stärkungen der parlamentarischen Beteiligung an europäischen Entscheidungsprozessen. mir wird ja gelegentlich ein besonders kritisches Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht nachgesagt, was ich ausdrücklich nicht empfinde, weil ich von der glücklichen Konstruktion unserer Verfassung nun wirklich restlos überzeugt bin, dass wir in Deutschland auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern so stabile und auch im Großen und Ganzen so gut funktionierende politische Verhältnisse haben, hängt auch mit dem erstaunlich klugen Kräftegleichgewicht zwischen Exekutive, Legislative und Judikative zusammen, die sich manche andere Länder wünschen würden, aber eben nicht haben und dass in diesem Kräftegleichgewicht auch immer wieder Versuchungen enthalten sind, der einen Gewalt sich in die Zuständigkeiten der anderen reinzudrängen, das ist schwerlich zu übersehen. Ich habe selber ja auch bei unserer Feier zum 65. Jahrestag des Deutschen Grundgesetzes ausdrücklich angesprochen, dass der Gesetzgeber immer mal wieder von der Versuchung geplagt ist, in seiner gesetzlichen Gestaltungsaufgabe die Grenzen der Verfassung auszutesten, ist schwerlich zu bestreiten und dass gelegentlich das Verfassungsgericht auch von der Versuchung geplant geplagt wird, Gesetzgeber zu spielen, ist bei ruhiger Betrachtung auch nicht zu übersehen, findet sich im Übrigen ja auch in einer Reihe von Minderheitsvoten des Verfassungsgerichts ausdrücklich wieder. Dann kehre ich noch mal zu guter Letzt zurück zur sogenannten Debattenkultur oder Streitkultur. Sie haben ja auch eine Reihe von Vorschlägen gemacht, Änderung des Zweirechtswahlrechts noch mal anschauen, Verlängerung der Legislaturperiode, aber auch, dass die Regierungsbefragung wollten sie reformieren, zum Beispiel, dass das Parlament die Themen festsetzt, also so ein bisschen wie im Unterhaus einen lebendigen Schlagabtausch. Was ist daraus geworden? Ja, leider weniger, als ich für nötig und auch für möglich halte. Das Beharrungsbedürfnis vor allen Dingen von parlamentarischen Mehrheiten und der von ihnen dann getragenen Regierung ist doch beachtlich. Wir könnten aber an manchen Stellen natürlich eine Vitaminspritze sehr gebrauchen. Die Regierungsbefragung, die wir uns im Deutschen Bundestag erlauben, ist eigentlich dem Anspruch nicht angemessen, den wir an uns selbst und unsere Wählerinnen und Wähler an uns richten. Ich halte es für grotesk, dass wir eine sogenannte Regierungsbefragung durchführen, bei der die Regierung selbst das Thema festlegt, zu dem sie befragt werden möchte. Und ich könnte jetzt gerade zu skurrile Beispiele vortragen, mit welchen Themen das dann jeweils stattfindet. Aber hier befinde ich mich dann in einer ähnlichen Situation wie andere bei ihren Anliegen und Themen auch. Ich muss für das, was ich für besser halte als das, was wir heute tun, Mehrheiten. finden. Mehr gehört ja nicht der Deutsche Bundestag. Zu dem, was die Lage erschwert, in anderer Weise gehört ja auch sozusagen der Zustand des Dauerwahlkampfes im Föderalismus, auch im Zusammenhang mit den Themen, die wir vorhin hatten. Sie plädieren für eine Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre von vier. Kommen Sie damit voran oder ist das auch noch Motoren? Naja, eher nicht, aber nicht deswegen, weil es eine prinzipielle Ablehnung einer fünfjährigen Legislaturperiode gäbe, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt eine haushohe virtuelle Mehrheit im Deutschen Bundestag für eine fünfjährige Legislaturperiode. Aber es gibt in Verbindung damit einen Grundsatzstreit, den ich übrigens wiederum für völlig legitim halte, nämlich, ob eine Verlängerung der Legislaturperiode, Klammer auf, die wir bei allen Landtagen außer in Bremen längst haben, überall in Deutschland, wählen wir für fünf Jahre die Parlamente, nur nicht auf Bundesebene. Auch das Europäische Parlament wird für fünf Jahre gewählt, Klammer zu. Damit verbindet sich aber die nochmal legitime Grundsatzfrage, ob eine Verlängerung der Legislaturperiode nicht ergänzend durch eine Ausweitung von direkten Entscheidungsmöglichkeiten der Wählerinnen und Wähler, also Plebisziten verbunden werden sollte. Wir sind kein Freund von Plebisziten. Ganz im Gegenteil. Ich bin für eine fünfjährige Legislaturperiode, aber ich bin nicht bereit, dafür irgendeinen Preis zu zahlen. Entweder ist man von der Zweckmäßigkeit einer fünfjährigen statt einer vierjährigen Legislaturperiode überzeugt, dann soll man das so entscheiden, oder man ist nicht davon überzeugt, aber ich finde die eine wie die andere Frage zu wichtig, als dass ich bereit wäre, daraus Koppelgeschäfte zu machen. Was stört Sie an dieser Tendenz, das plebiszitäre Element zu verstärken? Die Schweizer leben damit ewig und auch nicht so schlecht? Ja, aber werden zunehmend nachdenklich, was Ergebnisse mancher Entscheidungen betrifft, die sie am liebsten wieder einsammeln würden und durch Parlamente nicht einsammeln können, denn was das Volk entschieden hat, kann die Volksvertretung nicht anschließend korrigieren. Und damit haben wir schon ein prinzipielles Dilemma. Und wenn wir jetzt mal nur die Themen wieder rekapitulieren, mit denen wir den größeren Teil unseres Gesprächs geführt haben und von denen wir jeweils festgestellt haben, das sind fast alles nicht Fragen, wo man sagen kann, jawohl, da bin ich dafür oder da bin ich dagegen, dann wird es eben außerordentlich schwierig, so etwas zum Gegenstand von Plebisziten zu machen. Übrigens all diejenigen Also die Flüchtlingsfrage beispielsweise oder die Eurofraktion. Beispielsweise so und alle diejenigen, die sagen, naja. Dann bleibt das Unwichtige für den Plebisziten. Eben drum. Wie hätte man denn für das berühmte Wochenende, an dem die berühmte Entscheidung getroffen werden musste, ob wir ausnahmsweise bei einer konkreten Situation Tausende von Flüchtlingen ins Land lassen, die wir rechtlich hätten zurückweisen können, weil sie sich in einem sogenannten sicheren Herkunftsland befinden. Die Frage hätte, selbst wenn man für diese Überlegung eine prinzipielle Sympathie hat, schon deswegen nicht durch ein Plebiszit entschieden werden können, weil die Vorbereitung eines Plebiszits rein technisch sicher mindestens sechs Wochen braucht, die Frage aber am Wochenende entschieden werden müsste. Bei welchen Währungsturbulenzen sollen wir eigentlich welche Art von Plebisziten vorbereiten? Schon in der Zeit, in der die Vorbereitung eines solchen Plebiszits stattfände, hätte sich das Thema erledigt, nach der einen oder nach der anderen Seite. Also hier ist der Reiz, oder ich will es andersrum sagen, die Risiken von Plebisziten erscheinen mir noch beachtlicher als der damit verbundene Reiz und deswegen ist es für mich auch ein Gebot des Sorgfalts im Umgang mit wichtigen Fragen, dass man nicht das abhakt, was ganz sicher am ehesten populär ist. Unsere Zeit geht es schon um. Das war eine Begegnung mit Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten. Herr Dr. Lammert, herzlichen Dank. Ich bedanke. Untertitelung.